Okay, glücklicherweise haben wir es gedreht bekommen. Ich hasse es! Laden! Der Dieb hat den spezifischen Befehl, eine gewisse Richtung einzuschlagen. Und er zappelt in der Gegend rum und rennt immer in einem Zickzack. Hör auf, so auffällig zu sein. Naja, wir sind gleich zurück. Ganz schlechtes Timing, Kater. Ich weiß, jetzt will er Schoß. Er will auf dem Schoß sitzen und beschmust werden. Aber ich bin gerade schwer beschäftigt und du willst aus dem Bildschirm sehen, Kater, dass die Diebe beide kurz davor steht, gleich wieder ermordet zu werden, wenn wir es nicht richtig machen. Lauft. Okay, so. Natürlich, ja. Neuer Quicksave. Damit wir nicht nochmal in so eine enge Situation neu reinladen. Und dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Diese beiden Leute, ich hasse sie. Ich hasse sie aus tiefstem Herzen. Aber sicher. Gerne. Ja. Und ich kann es kaum erwarten, sie standrechtlich erschießen zu lassen für den Unsinn, den sie uns antun. Sie hat es angegriffen. Wir sind gleich zurück. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich heute mit dem Aufnehmen angefangen habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es wahrscheinlich mit den Ladezeiten eine drastisch längere Aufnahme wäre. Wahrscheinlich sind 50% meiner Aufnahmezeiten inzwischen einfach für den Ladebildschirm draufgegangen. So. Und jetzt abschauen. Hör auf, mich zu enttäuschen. Bitte nicht. Nein. Das ist doch nicht wahr. Oh. Dann sind die... Dann wartet diese spezifische Sperrwürfetruppe einfach nur auf uns, um uns den Tag zu ruinieren. Das ist doch wieder so typisch. Wir sind gleich zurück. 30 Sekunden Gameplay. 5 Minuten Laden. Das ist absolut gebalanced. So. Wir dürfen nicht vergessen, die Sperrwürfler sind direkt da oben. Wieso, Dieb? Alter. Ihr habt das auch gesehen. Er muss immer schon im Kreis rennen. Ja. Aber sicher. Gerne. Ich wollte schon sagen, wie bist du lebendig da durchgekommen? Ich wollte einfach gerade nur aus Hass nach dem Tod schicken. Aber gut, Zeit wird zu laden. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, wie diese Folge für euch aussehen muss. Für euch muss es so wirken, als würde ich hier eine halbe Stunde lang sitzen und durchgehend den Bildschirm anbrüllen. Wenn die Wahrheit ist, die Wahrheit daraus besteht, dass ich fünf Sekunden lang den Bildschirm anbrülle, dann neu lade und dann sitze ich hier für gute zwei Minuten, bürste mir die Haare, trinke ein paar Schlucke Wasser, sammle meine Stimme für die nächsten fünf Sekunden, wo ich das Spiel wieder anbrüllen darf. Ihr seht hier nur die Coolerie. Ihr seht nicht die ewige Downtime, mit der ich hier konfrontiert bin. Gut, wir müssen warten, bis der Sperrwürfe abschaumt, irgendwie, bis nach dem Weg gegangen ist. Geht da weg. So, jetzt können wir... So Gott mein Zeuge ist! Beladen neu. Huch, da sind wir wieder. Ich war schon versunken in diesen Siedler-Fünf-Kampfmusik-Grooves, die hier rauskommen. Für euch doch immer. So. Oh, da geht die Musik wieder los. Aber sicher. Mache ich. Sofort. Gerne. Bitte. Lassen Sie uns einfach hier durch. Natürlich. Mit Vergnügen. Ja, 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 ja. Wir sind gleich zurück. Bin das nur ich, oder werden die Ladezeiten immer länger? Kater? Nein. Du mit dem Pfoten? Ja. Aber wie wirst du, wenn du es nicht tust? Ich habe das Gefühl, die interessanten Dinge sind die, die passieren, während die Aufnahme nicht am Laufen ist. So. Die gleiche Musik geht wieder los. Kater! Nein. Du tust das nicht. Er versucht gerade in den Rechner reinzuklettern. Er findet das lustig. Was? Was ist, was du mir sagen willst? Gerne. Lauf. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elbe gesehen. Nein. Kater, warum suchst du dir aus, wenn du jetzt den Punkt aus, um Ärger zu machen? Wisst ihr, was er darauf antwortet? Er guckt mich an mit seiner kleinen Schnauze und sagt einfach Miau. Nicht wahr, bis? Ich muss den Mikrofon umschneiden, dann kannst du co-moderieren. Ich bin mir sicher, du hast sehr viele hochgradig philosophische Sachen anbeizufügen. Was? Verdammt. Es tut mir leid. Aber für mich ist das gerade ein Wohl... Nein! Ich wusste es! Ich wollte gerade sagen, für mich ist es gerade eine wohlverdiente Pause von dem ganzen Unsinn, der hier passiert. Und was passiert dann? Der Kater versucht in den Rechner reinzuspringen, dessen Seitenwand aktuell offen ist. Und... Nun ja, das ist nicht gut. Erstmal kurz ein paar Sachen aufstellen, damit er es nicht mehr kann. Das war dann, hat er mir dann in mein Headset vom Kopf geressen. Ich bin hier einfach eingesperrt mit einem Verfechter häuslicher Gewalt. Gut, weiter geht's. Jetzt will ich verdammt nochmal hier rein. Quick Save. Der ganze Abschaum sollte nicht mehr im Weg stehen. Ich habe keine Ahnung, wie sehr diese Torwachen leiden lassen werden, wenn es drauf ankommt. Wisst ihr was? Ich glaube, wir schicken die Torwachen jetzt einfach gleich spazieren. Drastisch verlangsamen. Pilgrim. Da steht sie schon. Schick sie weg. Oh, das ist nicht gut. Die interessieren sich dafür gar nicht. Das haben wir gleich. Jetzt interessieren sie sich dafür. Ja. Meint ihr das ernst? Meint ihr das... Natürlich. Oh, nein. Nein. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das ist doch nicht zu fassen. Da hat der Dieb sie sich auswählen lassen. Oh, ich will nicht. Wir sind gleich zurück. Ah, shit. Here we go again. Gerne. Ja. So, zumindest habe ich sehr viel Zeit zum reflektieren über meine Fehler, die Fehler meines Lebens. Warum kommt ihr jetzt plötzlich auch noch an? Sofort. Mit Vergnügen. Sofort. Einer der Fehler sagt, wir müssen nur eine einzige Person aus dem Weg räumen. Die südliche. Das funktioniert natürlich gar nicht. Das ist nicht die Sache als erledigt. Vorsicht jetzt. Geht nicht zu nah dran. Sofort. Sofort. Ja. Sofort. Ja. Ja. Es hat die Diebe schon erwischt. Es ist nicht zum Fassen. Für euch ist dann vielleicht gerade zwei, drei Minuten vergangen, aber ich sitze hier seit 15 Minuten gefühlt und stache diesen verdammten Bildschirm an. Jedes einzelne Mal, wenn es auch schief geht. Aber leider bin ich hartnäckiger als das Spiel. Wir sind gleich zurück. Ich durfte gerade da feststellen, wie unfassbar unmöglich ist es, Fotos von diesem Kater zu machen. Er bewegt sich immer, sobald man den Abzug drückt. Aber ohne weitere Probleme. So. Das Ablenken hat nicht wirklich funktioniert. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass wir jetzt hier vernünftig durchkommen. Einmal in unserem verdammten Leben. Lauf. Oh Gott. Quicksave. Wir sind durch das Tor. Oh, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals wieder wissen würde, was Freude in meinem Herzen ist. Jetzt passt auf, dass die Leib eigentlich nennen ist, die wir jetzt sofort instant sterben und wir nichts dagegen tun können. Oh Gott. Wir sind durch das Tor durch. Das wäre natürlich niemals so ein großes Problem gewesen, wenn wir hier oben hätten eine verdammte Taverne bauen dürfen. Dann wäre es uns ziemlich egal gewesen. Was machst du da? Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Und wir hätten einfach neue Diebe losschicken können. Mit Vergnügen. Und wir alle hätten uns das Leid ersparen können. Sofort. Nein, hier ist ein Gutshof. Wir greifen euch an. Sofort. Fast genauso. Aber sicher. Sofort. Aber sicher. Für euch. Verhasst du mich einfach nur. Ja. Ja. Und ich werde euch das nicht vergeben. Mit Vergnügen. Gerne. Der Tag der Abbrechung. Geht vorbei, geht vorbei, geht vorbei. Das ist nicht zu fassen. Laden. Schmusen dich einfach eiskalt den Kartenrand. Na ja. Wir sind gleich zurück. Okay. Hauptsache wir sind dieses Tor durch. Aber sicher. Mit Vergnügen. Immer noch drastisch verlangsamen. Mit Vergnügen. Sind die Truppen ausgebildet inzwischen? Nein. So, wir bilden ein paar neue aus. Sofort. Gut. Mit Vergnügen. Ihr werdet angekommen. Nein, 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 nein. Gehört doch immer. Gerne. Mache ich. Für euch doch immer. So, Quick Save an diesem Punkt. Weil sie mag verfrüht wirken. Aber der Grund ist einfach. Ich möchte nicht nur über ein Tor stehen. Und ich möchte die Truppen nicht jetzt mal neu ausbilden müssen, wenn es da schief geht. Ja, das ist... Natürlich. Mit Vergnügen. Doch, da ist noch ein Motto. Mit Vergnügen. Gerne. Wir wollen zuerst an die hintere. Mache ich. Die Diebe haben vielleicht eine Chance, das zu überleben. Ihr werdet angegriffen. Für euch doch immer. Was tust du da? Mache ich. Für euch doch immer. Mache ich. Baut euer Dorfzentrum aus. Oder errichtet ein neues. Und mehr Siedler in eure Stadt. Da sind sie gerade so frisch gespawnt. Und Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gerne. Mache ich. Aber sicher. Was macht ein Nebelfogs oder wird auf dem Friedhof? Aber sicher. Wenn es nach mir ginge, bleiben. Ich möchte angemerkt haben, dass ich keine Chance für die Diebe sehe, das zu überleben. Ich stehle nur, um es den Armen zu geben. Naja. Meistens. Mache ich. Gerne. Die Truppen haben müssen erstmal weglatschen. Ihr werdet angerissen. Bewegt eure Ärsche da hinfort. Natürlich. Natürlich. Ja. Natürlich. Dalkus, ich hätte ein anderes Befehl aus dem gegeben. Sofort. Mit Vergnügen. Vorsicht jetzt. Geht nicht zu nah dran. Ihr könnt uns mal. Diese Motte ist weg. Mit Vergnügen. Euer Dorf steht unter Beschuss. Aber sicher. Natürlich. Mit Vergnügen. Mache ich. Ja. Mache ich. Natürlich. Lauf hier unten am Kartenrand entlang. Für euch doch immer. Ja. Natürlich. Sofort. Ich glaube, der ist Kuvert. Mache ich. Mache ich. Der hier wiederum nicht. Lauf. Mit Vergnügen. Natürlich. Ja. Oder? Mit Vergnügen. Schaffst du es? Nein, er wird gesehen. Verteilt euch. Das hat ihn erwischt. Aber der hier hat überlebt. Gerne. Ja. Gerne. Quicksave. Eine Motte noch. Eine Motte noch. Und der Abschaum endet. Und dieses Mal können wir drei Diebe mitbringen. Was gehen wir auf vier hoch? Nein, lassen wir das so. Wir haben ja drei Diebe, wenn wir noch den einen Dieb da drin haben. Der hoffentlich nicht erwischt werden wird. Ja. Natürlich. Natürlich. Was soll's? Ja. Mit Vergnügen. Nein. Das soll es. Mache ich. Aber nicht so. Mit Vergnügen. Drei Diebe zu jonglieren wird natürlich auch keine angenehme Aufgabe sein. So, wie sieht's hier drüben inzwischen aus? Schmeiß dich da oben wieder rein. Und dazwischen. Jawohl. Ja. Ihr werdet angegriffen. Zuschauer, dass ihr nicht draufgegangen seid. Ansonsten hätten wir uns hier einfach verstecken können. Wenn die in der Explosion draufgegangen wären, wäre es perfekt gewesen. Da standen die wohl nicht nah genug dran. Sofort. Mache ich. Aber sicher. Mache ich. Du hast einen Befehl bekommen, befolge ihn. Sofort. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Mache ich. Natürlich. Letzte Motto. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Ihr werdet angegriffen. Für euch doch immer. Ja. Gerne. Für euch doch immer. Gerne. Sofort. Gerne. Ja. Natürlich. Das Obertor ist immer noch schwerer bewacht. Auch wenn ich inzwischen mehr als genug vom Südlichen gesehen habe. Sofort. Für euch doch immer. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Ich biege sofort da unten ab. Wir greifen euch an. Mit Vergnügen. Aber sicher. Sofort. Natürlich. Für euch doch immer. Mache ich. Vorsichtig. Sofort. Mit Vergnügen. Natürlich. Nein. Nein. Nicht nochmal dran vorbei. Mache ich. Natürlich. Mit Vergnügen. Geh da hin. Aber sicher. Ja. Gerne. Aber sicher. Sofort. Aber sicher. Für euch doch immer. Lauf. Gerne. Natürlich. Mit Vergnügen. Ja. Quicksave. Quicksave. Nun gut. Einmal noch durch dieses Tor. Mit drei Dieben. Was es direkt noch unerträglicher machen wird, als mit zwei Dieben durchzugehen. Gerne. Für euch doch immer. Aber wenn zwei durchkommen, bin ich schon zufrieden. Wir haben ja so oder so drei Diebe theoretisch zur Hand. Natürlich. Um die letzte Motte zu sprengen. Sofort. Aber sicher. Gerne. Für euch doch immer. Aber sicher. Gerne. Sofort. Ja. Gerne. Mit Vergnügen. Ich sehe bisher keine Patrouillen. Das bedeutet, die sind doch wahrscheinlich schon gleich hier, um uns abzufangen. Ja. Auf grausame Art und Weise. Aber sicher. Ja. Mit Vergnügen. Mache ich. Für euch doch immer. Mache ich. Warum rennst du oben lang? Ja. Mache ich. Sofort. Ja. Mit Vergnügen. Sofort. Natürlich. Mit Vergnügen. Du rennst dann noch nicht durch. Mit Vergnügen. Für euch doch immer. Verteilt euch. Ihr werdet angegriffen. Mit Vergnügen. Du wartest, bis die dann vorbei sind. Sofort. Quicksave. Damit lässt sich arbeiten. Damit lässt sich sehr gut arbeiten. Für euch doch immer. Sofort. Für euch doch immer. Gerne. Feinde greifen euch an. Gerne. Den würde ich durchholen, aber sollte er sterben. Das ist jetzt kein Grund, neu zu laden. Mache ich. Sofort. Mache ich. Ja. Mache ich. Aber sicher. Gut. Gerne. Gut. Vier Diebe in der Base. Ihr werdet angegriffen. Aber sicher. Müsst nur an diese Motte rankommen. Und das ist ein großes. Mache ich. Aber sicher. Reguläre Geschwindigkeit. Das mal geben. Ja. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Gerne. Das ist nicht regulär. Aber immer noch ein bisschen verlangsamt. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. So. Mache ich. Gerne. Mit Vergnügen. Ja. Nein. Nicht gut. Mache ich. Ihr werdet angegriffen. Gibt es keinen Weg, der an dem ganzen Unsinn hier vorbeiführt. Natürlich. Natürlich. Gibt es. Sehr gut. Aber sicher. Besonders in dem Unsinn da. Sofort. Sofort. Gerne. Ja. 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 Quicksave. Meinen Sie, die drei schaffen das? Der Große, der uns hier entgegensteht, sind Hauptmänner. Dementsprechend nicht zu gefährlich. Die Wohnstätten existieren längst auch. Wir sollten eine Kanone hier einsetzen. Vorsicht jetzt. Geht nicht zu nah dran. Hört auf rumzuspacken und macht das. Attackiert eure Siedlung. Wenn einer von euch stirbt, das ist in Ordnung. Die anderen beiden müssen es allerdings schaffen. Einer hat es geschafft. Der andere hat es geschafft. Das Teil ist weg. Die Diebe natürlich auch, aber... Natürlich. Bereit euch darauf vor, dass gleich die Restebewältigung noch stattfinden muss. Gerne. Mit Vergnügen. Zahltag. Sofort. Mit Vergnügen. Ja. Mit Vergnügen. Mache ich. Ihr konntet euch behaupten. Der Sieg ist euer. Für euch doch immer. Okay. Ja. Für euch doch immer. Ja. Sehr gut. Aber sicher. Für euch doch immer. Ja. Okay. Resteverwertung heißt das also. Bildet Scharfschützen auf. Ihr könnt das mal entlassen werden. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Das, was in der originalen Gruppe 2 übrig geblieben ist. Jawohl. Lass den Feind erst mal kommen. Halt. Und der Regen kann die Leichen wegwaschen. Ihr werdet angegriffen. Es regnet. Die Kanonen haben zumindest. Ich glaube die haben alle überlebt. Sicher bin ich mir aber nicht. Angriff. Macht sie nieder. Wird gemacht. Verteilt euch. Aktuelle Neugruppe 1. Ja mein Herr. Keine Chance. Das kann ich nicht tun. So nicht. Kanonen. Stopp. Stopp. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Werdet sie alle los. Wenn ihr das nicht lasst, lege ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Willkommen. So. Auf in den Kampf. Nein. Unmöglich. Das geht nicht. Und die Scharfschützen können jetzt die Restebewältigung machen. Auf meinen Befehl. Wir haben halt die ganze Zeit übernimmt noch auf Abelessenschützen gesetzt. Weil die die Feinde langsamer getötet haben. Und das war worauf wir gesetzt haben. Wir erledigen das. Wie ihr wünscht. Das Nebenfolge langsam umzubringen hat, ich glaube, auf lange Sicht für weniger Verluste gesorgt. Insgesamt. Auch wenn unsere Verluste jetzt schon gestiegen sind über die Zeit. So soll es sein. Du bist jetzt Kunji 5. Jawohl. Jawohl. Bis in den Tod. Sieht her. Es ist Zahltag. So. Die ganzen Abelessenschützen. Reorganisiert euch bitte. Haben wir noch einen Schwerskämpferdruck übrig gehabt? Nein. Das ist ein Centurio. Jawohl. Es war wirklich wichtig, dass wir die Verteidigungstruppen hier am Anfang ausgeschaltet haben. Nur Mut. Wir werden siegen. Denn die hätten die ganze Sache mit den Dieben drastisch verkompliziert. Und jetzt haben wir einen Reg. Und der ist auf unserer Seite. Ziemlich ironischerweise. Sie werden nicht angegriffen. Ergreift sie. Aber das war wahrscheinlich wirklich auf Diebe ausgelegt. Mit den zwei Wegen rein. Und dem Umschlag, dass man hier keine Gebäude bauen konnte. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Und falls nicht. Sieht durch mein Fernglas. Lief trotzdem irgendwie. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum. Schießt. Auf in den Kampf. Leert sie das Fürchten. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, mein Herr. Jawohl. Wir behalten die erfahrensten von euch. Der Rest wird entlassen. In üblicher Manier. Wie ihr befehlt. Ja. Wir kümmern uns darum. Attacke. Mit Vergnügen. Wir bleiben hier. Ah, sieh mal in den Kampf. Sieht her. Wir kümmern uns darum. Nur Mut. Wir werden siegen. So, dank des Regens sehen die Gegner uns weniger gut. Euer Wunsch ist mir befehlt. Gerne. Ihr zum Beispiel seid komplett frisch. Ihr seid entlassen. Ich könnte schwören. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Du bist vier Sterne. Vier Sterne. Du bist komplett frisch. Wie ihr befehlt. Ja. 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 Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Halt. Wir kümmern uns darum. Wir erledigen das. Neun Trupps. Ihr vier werdet entlassen. Arbeiten wir erstmal mit einem Verhältnis von neun zu neun. Gruppe zwei. Gruppe zwei geht euch auffrischen. Das kann ich. Das kann ich.